Geht weiter, geht weiter. Ja ok, es muss ein bisschen dummes wieder hier stehen. Ja, schön. Ja, das wisst ihr ja schon, was das für ein Spiel ist. Das war knapp. Tod. Ja, ähm... Es geht weiter hier mit... Was ist das? Das ist King Kong. Haha... Die sterben. Naja, scheint so. Ja. Toll, ich brauche noch einen Sperr. Da. Oh. Der Teil kommt hier hoch. Krank. Richtig krank, ey. Okay. So, ein Sperrchen mitnehmen. Hui. Und... Was haben wir denn hier? Ja. Wo? So, da komme ich auch nicht mehr zurück. So, da muss ich voll hier gehen. Oh. Ja. Ja. Hm. Hm. Du, 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 du... Du, 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 du... Ja, hab ich. Hier schießt das eigenes Feuer. Immer schneller, du ist krass. Feuer. Hier ist es. Feuer. Nee. 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 Seht ihr schon, was ich sehe? Maden. In Löchern. Das meine ich. Das. Und ich glaube, hier kommt auch noch irgendwas. Das kommt. Und wo? Wo ist denn Feuer? Genau. Wo soll denn hier Feuer sein? Spannende Folge, oder? Wow. Wo ist die Frau? Und bumm. Wo muss ich hinwerfen? Da. Äh. Könnte es sein, dass sie gerade nicht sichtbar ist. Oder sehe ich sie einfach nur nicht? Ich glaube, ich sehe sie einfach nur nicht. Ich glaube, ich sehe sie einfach nur nicht. Schnell weg. Einfach nur weg. Au, 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 au. Schnell weg. Schnell weg. Ow, 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 ow upload. Schnell weg, schnell. weg, schnell weg. Scheiße. Also das geht schon mal nicht, dass man einfach durchrennt. Wo bin ich jetzt? Wo ist die? Ach, da oben ist die. Ja, geht mal weg. Ich überlege gerade, wie viele Parts ich aufnehmen kann. Ich schätze so, ich nehme jetzt noch danach einen auf und dann, das reicht auch. Ach, ich kann nicht verheißen. Hä? Hallo, nichts ist unmöglich, Ikea. Nein, Hornbach oder irgendetwas. Äh, tot? Gut. Dill dill. Rein und zisch. Ganz langsam. Und die noch rumhalten. Hoffentlich tue ich das jetzt schaffen. Ich bin optimistisch. Ich bin Optimus Prime. Na gut. Hehehehe. Etwas zu meinen Sinn. Achja, ich krieg bald Windows 7 auf dem PC. Also ich hab jetzt noch XP und... Da kann ich halt entweder Ton... Scheiße, das war knapp. Also entweder meinen Ton oder halt den Ton vom Spiel aufnehmen. Und das wär halt praktisch wenn ich beides aufnehmen könnte, oder? Nein, hab ich nicht. Ich hab ein Feuerzeug geholt. Äh. Ich hab da einen Hebel. Oh mein Gott. 10 Frames. Ok. Der Teil erholt sich. Tsss. Tsss. Und was mit Karl passiert? Er hat seine eigene Wahl getroffen. Das ist nicht mehr unser Problem. Alles... Ah, ich komm jetzt sogar durch. Haben sie schön gemacht, das Spiel. Also immer, dass man auch da... Ähm. Dass man da... Oh Scheiße, hoffentlich... Ach Kacke, egal. Ich hatte gerade das Mikrofon oben, hab ich gerade bemerkt. Also... Hoch und da wär ich wahrscheinlich ein bisschen leiser gewesen. Also... Sorry. Dreh einfach Ton auf. Ich sprech ja sowieso immer sehr leiser. Pfff genau. Oh ja. Pppppp. Woooow. So kommen noch welche Gut, leer Hey, was hat der genommen? Wieder guckt Auf Erflichemersicht weiter umstellen Scheiße Ja Ja, da brauche ich ein Stöckchen Da so ein Stöckchen Oh, Mann, Kappspinnen Ja, alles klar Ich wurde nur gerade von 10 Meter großen Spinnen aufgekissen Oh, der Time ist vorbei Also 10 Minuten sind vorbei Ähm, nein 10 Minuten sind vorbei Und ich sag Tschüss, das ist King Kong Ich bin Freakpoint Und wir sehen uns beim nächsten Part Ciao